Weg, 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 weg und zieh auf die Tür, zieh auf die Tür! Hat er mich abgeschossen? Wenn er stirbt, nee, der Alarm legt nicht los. Nein, der Alarm! Verdammt! Mann, Mann, Mann! Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend! Willkommen zurück zur Payday 2 Adventure Map zusammen mit Janung gespielt. Hä, das ist ein Gerücht, ich bin überhaupt nicht hier. Nein. Ja, wahrscheinlich. Komm, ey, ich hab gesagt, ich stehe in meinen Raum rein. Pass auf, ich hab eine super Opportunity für dich. Okay, okay, okay. Du nimmst jetzt ein Fiat und verpiss dich! Okay! Alles klar. Wie wäre es, wenn wir uns zum Waffenshop bewegen, um uns noch ein bisschen was zu kaufen, damit wir die nächste heißen machen können? In der letzten Folge, die könnt ihr bei Ungespielt sehen, falls ihr euch wundert, warum ihr irgendwie eine Folge verpasst habt. Nee, die gibt es bei Simon zu sehen. Wir nehmen ja immer eine Folge E, eine Folge E. Link ist in der Beschreibung zu ihm. Kommst du? Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Yo! Yo! Wahrscheinlich, oder? Ähm, ich geh schon mal vor, sonst im Zweifel wirst du von mir einfach mit teleportiert. Und da haben wir ein bisschen Cash gemacht, also ein bisschen, äh, 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 Gold. Gar nicht so wenig. Ach, das sollten wir uns erstmal als Glöcke machen, wahrscheinlich, ne? Hab ich schon. Haha. Das hast du die ganze Zeit gemacht. Du bist einfach nur Scheiße. Wahrscheinlich. Du bist einfach nur komplett dumm. Manchmal denke ich, dem ist einfach komplett dumm. Manchmal glaube ich, alle Menschen sind einfach komplett dumm. So. Lecker Diamant in hier. Und so. Bist du auch Bulletproof, Diener? Ich bin Bulletproof, ja. Okay, ich wollte nur sagen. Bulletproof! Wieso? Ja, wenn du nicht kugelsicher wärst, wäre das scheiße. Ja, so kugelsicher bin ich nicht, also würde ich nicht schießen. Äh. Du bist auch Bulletproof. Ich schieß nicht, komm rein. Oh, ich schieß nicht. Jetzt hast du Krieg angefangen, jetzt hast du Krieg angefangen. Ja, willst du, dass du nochmal schießt, du weißt, dass du dann stirbst. Ja, aber ich weiß, dass du dich treffen kannst. Komm doch. Haha. Ich bin die ganze Zeit weggelaufen. Null! Ich hab die Nummer getroffen. Okay. Ich ergebe mich. 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 Ich ergebe mich doch. Das ist eine stärkere Waffe. Haha. Nein, Spaß. Ich ergebe mich. Ey, das ist meine Taktik. Wenn du jetzt hinterher folgst. Okay. Ich folge dir nicht hinterher. Okay, okay, okay. Es ist jetzt gut. Komm noch. Oh. Das tut mir leid. Gut, dass ich jetzt in der ehemaligen Map war. Okay. Oh, es ist hier nochmal Ellen laufen. Okay, komm. Boi. Hast du denn was? Hast du denn vor, irgendwas zu kaufen? Weil ich würde nochmal sparen, diese Runde. Ich habe Goldblöcke nur. Ja, was sollen wir mit kaufen? Weiß ich nicht. Ich würde es doch einfach die heiß machen. Na, lass uns die heiß machen. Okay. Warte. Oder? Eine Soul-Rifle? Äh, die hat Diamanten gekostet. Ach ja, nee. Drei Blöcke. Nee, die habe ich nicht. Nee, die habe ich nicht. Na, lass uns einfach kommen. Ich habe nur Gold. Ich weiß nicht, wer es mit Goldblößen machen kann. Kann man viel mit machen, aber nicht so viel. Komm. Wie geht es einfach? Danke für diese Information. Äh, äh, Daumen hoch für Simon. Das war sehr, sehr nett. Okay, würde ich sagen, wir hatten, als gerade eben, hatten wir Framing Frame. Hatten wir Brain Frame. Und jetzt ist heute Big Oil dran. Okay. Und bei Big Oil geht es, okay, guys, we're gonna steal the world's fix for the oil crisis, okay? Für die Ölkrise gibt es wohl irgendeine Lösung. Und die lautet, wie? Herr Bain, erklär es mir. Der weiß doch selber nicht, was er labert, der Typ. Der steht doch neben sich. Guckt ihn doch mal an. Ja, okay, lass es echt. Also ich weiß nicht, wer das ein Drogensüchtiger ist, weiß ich auch nicht. Sneak into the house, find and use a PC-Terminal to open the lab door. Und dann, wenn wir im Lab drin sind, also im Labor, ähm, und das ist located in the arch, in the archway, near the front door and select the right engine via the bottom below. Okay, ja, also erstmal müssen wir überhaupt, erstmal ins Ende, dann sehen wir weiter. Erstmal sneak into the house and find and use a PC-Terminal, alles klar? Okay. Oh, wie sieht es denn hier aus? Oh, es sieht aus wie aus so einem Minecraft-City-Build-Server. Ja. Sieht schön aus. Dena, pass auf. Dena, pass auf. Da steht ein Sneak, ne? Ich gehe hier rein. Ist das hier das Haus? Das sieht aus wie ein Haus. Dena, komm lieber mit. Ist das dein Haus? Hier ist das Haus, hier hinten bei mir. Komm mit. Oh, ich sehe es. Hier über die Berge. Komm, nee, komm hier lang. Komm hier lang. Nicht da hinten lang. Der Alarm wird losgehen. Komm, nein. Komm lieber zu mir. Äh, wo bist du? Hier, hier hinten. Ach da. Ich glaube mir, der Alarm wird losgehen. Versteckt er sich im hohen Gras. Wir müssen uns jetzt hier ranschleichen. Ja, ja. Hm. Da. Okay. Oh, da sind schon Wachen. Pass auf. Auf gar keinen Fall dahin gehen. Hm. Komm, komm mal mit. Nee, ich komme zurück. Vorne sind Wachen. Ich bin hier. Scheiße. Wie kommen wir denn so rein, ohne dass der Alarm losgeht? Wenn der Alarm losgeht, dann haben wir die Arschkarte. Können wir das irgendwo ausschalten vielleicht? Da ist einer, da ist einer. Der bewacht die Eingangstür. Da. Oh. Pass auf. Hinter dem Haus. Hinter dem Haus. Komm mit. Irene, komm mit. Komm mit. Hm. Sneaken? Ja. Wo bist du? Hier. Hier. Ich hab's gar nicht gesehen. Okay, okay. Immer den Hintereingang nutzen. Stopp, 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 stopp. Hier unten lang. Unten. Okay. Hinter das Haus, hinter das Haus. Da kann man rein. Da oben ist auch. Hier kann man rein. Vorsichtig. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Pass auf, nirgendwo an so ein Tripwire. Vorsichtig. Ja, ja. Weg, 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 weg. Und zieh auf die Tür. Zieh auf die Tür. Hast du mich abgeschossen? Wenn er stirbt. Ne, der Alarm legt nicht los. Nein, Alarm. Verdammt. Mann, Mann, Mann. Ich wusste, dass der stirbt. Scheiße. Ich wusste, dass der stirbt, wenn er stirbt, dass der Alarm losgeht. Ich kann's dann gleich da sein. Scheiße, dann laufen, 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 laufen. Jetzt müssen wir uns durchkämpfen. Laptor, hier ist die Laptor. Wir merken, hier ist die Laptor. Wir müssen aber irgendeinen PC finden. Okay, warte, hier ist ein Raum mit einem Ausrufezeichen. Vielleicht geht's hier rein. Okay. Oh, scheiße. Es hat geleckt, es hat geleckt. Kops sind da, Kops sind da. Ich bin hier in einem Raum. Und in diesem Raum ist einfach nichts drin. Scheiße. Alles voller Kops. Alles voller Kops. Scheiße. Alles voller Kops. Oh ja. Scheiße. Sehener, alles ist voller Kops. Ja, ja, ja. Mist, Mist, Mist. Wir müssen irgendwie zu einem PC kommen, Simon. Irgendwo muss hier ein PC sein. Alter, wieso haben die denn ein Haus? Und in dem Haus haben die einen Baum und einen Glaskasten. Was hinkt das für Menschen, die so etwas tun? Das würde ich auch so machen. Ja. Oh, gosh. Ich finde kein PC. Aber vielleicht essen. Oh, Gott. Ich habe was gefunden. Ich bin drin. Ich habe die Laptor geöffnet. Ich habe die Laptor geöffnet. Wir müssen zur Laptor. Ich habe die Laptor vorhin gesehen. Oh, mein Gott. Ich sehe die Laptor. Ich bin... Bist du schon drinnen? Nee. Pass auf. You can find clues around the house to figure out which engine it is. Oh, wir wissen nicht, welche Engine es ist. Okay. Und vielleicht dürfen wir nicht den falschen ausmachen. Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall den falschen nehmen. Oh, es sind so viele. Around the house. Lass uns lieber around the house. Aber die Polizei ist da. Ja, aber trotzdem. Wir müssen suchen. Wir dürfen nicht das Falsche nehmen. Was stand in dem Buch drin? Clou. Ich habe ein Clou gefunden. Okay. Und zwar? 92 U. Okay. Correct Element 92 U. Okay. Geh nochmal in das Ding rein. Da stand irgendwas. Bulldozer sind da. Und die Haupttür ist offen. Ich mach die Tür zu. Man kann die Tür nicht schließen, weil das nur zwei Türen sind. Verdammt. Oh, alles ist draußen voller Bulldozer. Alles. Scheiße. Ich sehe es. Oh, mein Gott. Aua. Und hinten sind Schießleute. Huren. Lena, pass auf. Oh. Ja, ja. Pass auf dich auf. Uah. Pass auf dich auf. Ja, ja. Ich habe einen getüttet. Wieso haben die hier Eis drin? Okay. Hier unten ist der Lab Room. Es sind überall so Nachrichten im Haus versteckt. 92 U. hattest du gesagt, ne? Nein, nein. Es gibt da ganz viele. Es gibt ganz viele. Wir müssen da mehrere finden. So viele wie es Engines gibt. Wie viele gibt es denn da? Vier, fünf, sechs Engines. Ja, wir müssen vier. Also nur bei einem steht 92 U drauf. Nein, nein, nein. Stopp. Nicht, nein, nein. Es gibt ganz viele verschiedene. Es gibt ganz viele verschiedene. Die müssen wir in bestimmten Reihenfolger so machen. Aber nur auf einem einzigen steht 92 U drauf. Ich glaube, das ist da eine richtige. Nein, warte. Wir müssen aber nur einen einzigen Engine bekommen. Und wenn nur bei einem einzigen, das draufsteht. Pass auf. Ich werde mit dir kriegen bessere Beute. Komm mal mit. Komm mal mit rein. Was war denn das für ein Hinweis? Ich zeig dir es. Müssen wir hier was machen? Ja, bei dem hier steht nichts. Ich zeig dir. Ich mache an die Wand. Ich mache an die Wand. Nicht, nicht, nicht. Ich mache es. Guck mal hier. Ich mache es an die Wand. Pass auf. Ich zeig dir. Ich zeig dir, okay? Ja. Pass auf. Und. Also. Erste Item Frame hier. Das hier habe ich. Und das. Okay, was steht da drauf? Correct PSI und Correct Element. Aha. Das ist das richtige PSI und das ist das richtige Element. Warte kurz. Wir müssen auch wirklich gucken, dass wir nichts Falsches drücken und so einen Scheiß. Da, hier. Hier steht PSI. Warte mal kurz. Hier steht PSI Correct. Warte kurz. Warte mal. Correct PSI 5 vor 12. Das ist hier falsch. Da. Correct PSI 5 vor 12. Hä? Das stand aber schon mal. Hä? 92 hier, Simon. Und hier steht 92 und über 512. Das hier soll das richtige sein. Ich drücke jetzt einfach. You got it? Make your way back to the Airstrip. There's a chopper waiting for you. Ach, okay. Achievement unlocked. I went to MIT. Wir haben das richtig gemacht auf jeden Fall. Ja? Ja. Das war der richtige. Der Hinweis, der hat nur gesagt, dass das eins richtig ist. Aber was passiert, wenn man die anderen abbaut? Die sind weg. Die sind jetzt weg. Oh, okay. Wenn man das andere abbaut hätte, wäre wahrscheinlich auch was Negatives passiert. Okay. Aber warte. Wir haben hier noch nichts anderes gestohlen, außer den Kram. Ja, man kann immer alles mitnehmen hier. Es gibt bestimmt noch andere wertvolle Sachen hier in dem Haus. Ja, ein Baum zum Beispiel. Oh. Das sind alles voller Leute. Mhm. Hier muss irgendwo noch so ein... Ja, bestimmt noch... Das ist noch ein reiches Haus. Hier muss bestimmt noch irgendwo ein Tresor sein. Auf jeden Fall. Blumen haben die auf jeden Fall. Vor wir abbauen, gucken wir in den Tresor rein. Und Note-Blöcke, da kann man... Ah, das ist ein Kino-Raum. Wir haben so noch einen richtig fetten Kino-Raum. Läuft bei denen. Ja, der ist aber immer so reich. Der muss auch irgendwo ein Tresor haben. Den holen wir uns. Ja, ja. Wir holen hier nicht ab, ohne das halbe Haus der zu klauen. Ich merke das schon. Ich gehe auch in jeden Raum rein, aber... Ich finde nur so Hinweise. Korrektes Element. 2.90 Uhr steht hier überall. Hier ist noch so ein Raum mit Fragezeichen immer. Open Lab, doch. Ach, das hattest du ja gemacht. Das hätte sogar so einen kleinen Eis-Hopi-Raum. Naja, der hat alles hier, aber keine coolen Sachen zum klauen, leider. So wie es mir scheint. Auch ein fettes Badezimmer, kann man nichts sagen. Lebt ja schon, läuft schon richtig fett bei dem. Wir müssen zum Helikopter, irgendwie. Ja, aber wir müssen erst klauen. Aber was gibt es hier noch zu verdauen? Der hat echt ein fettes Haus, und da hat er vielleicht gar keine Wertsachen hier. Wahrscheinlich, weil der alles ausging hat. Fürs Haus, ne? Vielleicht kann er sich auch gar keine kaufen. Oh, ich glaube, ein paar Leute verbrennen draußen. Das haben die verdient. Das haben die verdient. Burn! Ihr Spaß-Dies. Da sieht man schon wieder, wie die Leute drauf sind, da draußen. Ja, ja. Da haben wir mit dem Feuer gespielt. Hä, was sollen denn die ganzen Räume, wo ihr so ein scheiß Ausrufezeichen drüber steht? Stehe ich nicht. Wie ist da Ausrufezeichen drüber, wenn da gar nichts drin ist im Raum? Wo bist du? Bin ja auch noch hier. Ne, hier ist scheinbar echt nichts hier. Also nichts Besonderes. Autsch. Ah, hier ist nochmal 62 U. Ne, ne, das sind einfach nur Räume, wo diese 92 U-Schriftzeichen zu. Oh, steh, ich bin draußen. Okay, sagen wir müssen, wir hauen ab, wir hauen ab. Okay, wir hauen ab. Oh, scheiße, ich bin, ich bin, oh, der hat ein Formel-1-Fahrzeug hier. Hä? Der hat ein Formel-1-Auto hier. Ja, der hat ja auch diese Änderung, so ein Öl, der ist auch so ein Öl-Mensch. Hm. Aber er hat die Lösung für die Öl-Öl-Problem. Das ist natürlich für die, so oder so ähnlich. Aber wo sind die Bulldozer? Ich sehe keine Bulldozer. Bulldozer sind schon wieder, ich glaube, es sind alle verbrannt, die Bulldozer einfach. Opfer Bulldozers. Wir müssen irgendwie zum Airstrip, wo ein Helikopter auf uns wartet. Geht das vielleicht hier lang? Nee, hier kann man nicht durch. Ich glaube, zum Haupteingang oder so, wo wir hergekommen sind. Oh, ich weiß, wo Airstrip ist. Ich weiß auch, da, wo wir hergekommen sind. Ich sehe ihn schon. Nein. Doch, ich bin schon da. Ich sehe ihn schon, bin drin. Aber dener? Ja? Guck mal aufs Haus von dem. Was ist denn auf dem Haus? Da ist ein Hubschrauber oben auf dem Haus. Aber hier ist auch ein Hubschrauber. Ja? Ja, bin schon drin. Der hat auch einen Hubschrauber. Da ist ein Bulldozer, er brennt und greift mich dann. Vorsicht. Hilfe, 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 Hilfe. Wir schießen ab. Er darf, er muss weg hier. Oh, warte, er kommt in den Hubschrauber rein. Komm, wir töten den Bulldozer. Er hat keine Chance. Vorsicht, er kommt rein. Jetzt nicht mehr sterben. Oh, scheiße. Stopp, stopp, stopp. Alter, er ist unbesiegbar. Geh, geh weg, geh weg. Wir schießen ab, geh weg. Der ist unbesiegbar, der ist unbesiegbar. Der eben ist, ich schieße ihn ja weg. Ich schieße ihn weg. Scheiße, komm hier nicht rein, ich komm hier nicht rein, Simon. Hilfe hoch. Komm rein. Nee, anders, andere Seite, andere Seite rein. Komm, andere Seite rein. Lass mich mal ihn treffen. Die andere Seite rein. Die rein, die da geht. Jetzt springe ich über den Reifen rein. Okay, ich bin drin. Drück, drück drauf, drück auf Ende. Okay. End heißt. Er kommt. Oh, oh. Great work, guys. You can fence the engine ship at the fence for a nice payment. Then choose another haste. We need all the money we can get. Aber wir haben echt wieder nichts bekommen, um uns bessere Waffen zu kaufen. Mann. Aber wir bekommen ja ein bisschen was bei der, äh, äh, äh. Guck mal, was der gemacht hat. Was? Guck mal, was, guck mal, was, guck mal, was Bane gemacht hat. Was hat er getan? Komm, steh her, komm, steh her. Komm, steh her. Er stellt sich dahin, wo sein Porträt ist. Nein, ich habe ihn hingestellt. Ach, sie echt? Ja. Wohin, als du es aufgestellt hast. So. So, ja, ich wohne, äh, das bin ich. Genau nach dem, was dort hat er sich da hingestellt. So, wait. Äh, ich gehe runter zu dem Typen, wo wir es alles verkaufen können. Okay. Weil ich brauche das Cash und das Mann und so. Ja, stimmt. Jetzt machen wir, ja, stimmt. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ähm, ich glaube, diesen Engine-Chip habe ich doch bekommen, oder nicht? Ja, ich habe einen Engine-Chip. Ich glaube, das gibt gar nicht so wenig, bestimmt. Mal schauen. Engine-Chip gibt drei Jemand-Blöcke. Oh, das ist nicht schlecht. Yeah. Wolltest du dir nicht noch, äh, eine Assault-Rifle kaufen? Ich glaube, die kostete so viel. Ja, warte mal. Nein, es geht durch. Oder hast du noch irgendwelche anderen, die ich nicht mehr verkaufen kann? Was kann man zum Beispiel mit dem Repulsion-Gale machen? Das habe ich bis heute nicht verstanden. Ich habe nichts gesehen, wo man das benutzen kann. Kann man schon auch irgendwo kaufen. Wie lange ist die Folge, denn sollen wir das noch in Shopping-Tour machen, oder sollen wir das in der nächsten Folge? Ja, wir können es noch in der nächsten Folge machen. Wie lange ist es jetzt gerade? Ähm, roundabout 16 Minuten. Ah, okay, dann lass uns in der nächsten Folge nochmal einkaufen gehen. Und dann, ähm, Hier ist das schon auf die letzte oder vorletzte Tour. Ja, das stimmt. Das ist schon, das ist schon ziemlich weit, auf jeden Fall. Die Map ist schon fast durch. Das war's da auf jeden Fall. Morgen geht es weiter. Link zu Simon ist unten in der Beschreibung. Ich hoffe, euch gefällt die Map. Und ihr merkt schon, wenn die jetzt bald vorbei ist, könnt ihr uns gerne in die Kommentare neue Maps vorschlagen, die wir danach spielen können. Also, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ihr rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.